Der hunter Deutschrapper in Schutt und Asche Jeder Boy spuckt Feuer Es geht besser deshalb fülle ich jetzt die Kasse Erbücher Lernfass Ich lebe Triebe schon Deutschrapper in Schutt und Asche Jeder Boy spuckt Feuer Es geht besser deshalb fülle ich jetzt die Kasse Viele Lernfass Ich lebe Triebe schon Und rasier' das Feld wie ein Müllfrisch Ja, so passiert es einfach im Flamingo Live. Auf einmal war ich dort, in einem Blumenladen, mitten in Rio de Janeiro. Nicht etwa nur um Blumen zu kaufen für die Schwiegermutter, nein, 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 sondern auch um ein Musikvideo zu drehen. Okay, warum nicht? Doch, lass uns von weiter vorne starten. Making off. Es geht besser. Ich sitze hier irgendwo in Rio in der Corner und will jetzt den Rest der Lunte zenten. So, wir sind jetzt hier in Tijuca, Rio de Janeiro. Es ist der 1. Mai. Ja, wir müssen noch einen Test machen, weil morgen Abend geht unser Flieger. So much noise in the city. Es war also der 1.5.2021. Feiertag. Ich habe noch genau 247 Reis, umgerechnet 46 Euro zur Verfügung. Ich will vor Deutschland noch ein Video drehen und wollte dies in der Horsinia mit paar schicken Brasilianerinnen stattfinden lassen. Mit diesem Budget jedoch, wie ich es mir vorstelle, so gut wie unmöglich. Ebenso gibt es eine weitere Herausforderung heute, was mir kaum Raum zum klaren Denken gibt. Ich habe die Maske vergessen. Ich bin hier in der Suisse. Ah, wie schön. Ah, fast 400 Jahre. Ich bin hier in der Horsinia mit Rony. Ja. Ja. Luft zum Atmen habe ich jedoch gemut. Wir haben noch 24 Stunden bis wir zum Flughafen müssen und wir brauchen diesen Test. Meine Verlobte, Ski am Kollabieren, versucht alles dies umzusetzen. Wir haben jetzt die Apotheke hier gefunden, da hoffen wir jetzt mal, dass es klappt mit dem Test. So, wir warten jetzt auf den Corona-Test und ich habe keine Zahnbürste mehr, habe ich verloren. So, wie sucht ihr eigentlich Zahnbürsten aus? Nach welchem Verhalten? Guck mal hier, Deutschland. Tatsächlich haben wir es geschafft, uns an einem Feiertag noch testen zu lassen. Allerdings dauern solche Angelegenheiten, wie eigentlich alle anderen Angelegenheiten in Brasilien, die eigentlich paar Minuten erledigt sein könnten, eher einen halben Tag. Wir haben den Test gemacht, jetzt sind wir zurück, hier ist es schon schmerz. Jetzt ist es Zeit, ein Musikvideo zu filmen. Vorhin eingebaut, Emotionen müssen raus. Ich will hier sein. Wie ist ein Stress? Wie ist ein Stress? Meine Verlobte verabschiedete sich. Der Tag war so gut wie rum. Ich habe noch ein paar Stunden. Um die Kreativität so richtig ordentlich zu beflügeln, zünde ich gerne eine Rakete. Leichter gesagt als getan. Jedoch irgendwann klappt es. Irgendwo im Stadtviertel Tijuka. Hintergalaktisch Seh die Sternen Keine Angst vor der Ferne Fantastisch Atme aus Das Feuer 1,20 Trittes Auge auf Verlass mich 3,4 2,1